Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nailed. Ja, hammergeil. Ich bin gekommen, um das hier freizuschalten. Ja, und wir machen jetzt hammergeil alle platt, ja. So. Jo, es geht direkt weiter hier. Okay. Boah, wie der Adler einfach alle platt macht bei Beschleunigung in Boost. Bei Boost-Geschwindigkeit. Da macht der alle platt. Das ist wirklich das beste Gefährt, also das sind wirklich die besten Teile, die man verwenden kann bei Boost, bei Modifikator Boost-Wanzen. Weil da kannst du nur gewinnen. Eigentlich. Also, wie das abgeht hier, das ist. Mit wem ist der Baum im Weg? Naja. Ist ja Standard. Ich weiß nicht, wie lang es noch dauert, aber auf jeden Fall wird auch ein Far Cry 3 Blitzplay kommen. Irgendwann. Äh, auf meinem neuen Kanal dann. Wahrscheinlich. Ja. Auf meinem neuen Kanal dann. Und ja. Weil das Spiel ist echt einfach hammergeil. Hat hammergeile Grafik. Und so. Und das muss ich einfach spielen. Und ja. Sag mal. Ja. Ich finde es aber doch ganz schön anstrengend, die Gegner. So. Ich schnauze hier mal. Wieso holen die mich denn als ein? Das kann doch nicht wahr sein. Das werden sie aber langsam doch ganz schön hart. Spieler hier. Boah. Mann. Was haben die eigentlich alle für Problems hier? Ich bin doch super schnell. Ich bin doch super schnell. Vielleicht täusche ich mich da auch nur, dass der Adler so gut ist im Boost. Wieso holen die denn die ganze Zeit auf, die Bobs? Boah. Boah. So. Naja. Ganz so schwer ist auch wieder nicht. Search and Simulator Let's Play. Kommt auch bald. Wahrscheinlich schon bevor ihr das hier seht. Weil ich hab noch sehr viele voll Geld auf Lager an dem Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme. Ja. Aber ich wollte jetzt einfach mal wieder ein bisschen zocken. Dann hätte ich noch was der Übung kommen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich ein FIFA 14 LP machen werde. Und ob ich es mir holen werde, weiß ich auch noch nicht. Aber wir gucken einfach. Ich guck einfach mal, ne? Äh. Ob ich mal FIFA 14 LP mach. Mit Karriere Modus. Dann spiele. Okay. Okay. Der geht im Moment. Der geht bei FIFA 12 übrigens gar nicht bei mir. Der Karriere Modus. Da stört das Spiel immer ab. Und sonderlicher Pro bin ich auch nicht in FIFA. Aber naja. So. Ja. War ja klar, dass ich nochmal failen werde. Warte mal. Ich muss gleich nochmal die Auflösung ändern. Ich hatte die ganze Zeit die Auflösung verkehrt. Ich hab die ganze Zeit die Auflösung verkehrt, ehrlich gesagt. Ich hab das nicht gemacht, aber... Kann ich das jetzt machen? Ne. Muss ich im Hauptmenü machen. Naja. Fahren wir das hier noch schnell fertig. So. dass du dis das warst. Ich behalte die Auflösung. Und du bist hier reine При работ Freikern. Ja, was für Themen gibt's denn so? Letztes Mal hatten wir ja das Thema Umwelt und so. Also ist auch schon eine Weile her. Aber... Mal ganz ehrlich. Man kann doch wohl ein bisschen... Mal was für die Umwelt tun. Hier ist ein bisschen was. Muss ja nicht viel sein. Aber halt wenigstens ein bisschen... Ja, genau, da bin ich gleich fünfter. Ja, natürlich. Boah, verpisst euch hier. Bobs, könnt nix. Geh weg da. Ja, bam, kaputt. Zack, so schnell geht's. The Master hat wieder zugeschlagen, Junge. Wieso holen die mich denn da dauernd ein? Na gut, es wird langsam echt so Finale. Also es geht dem Finale. Also wir kommen dem Finale näher. Und das heißt, die Gegner sind jetzt auch schon um einiges schwerer. Boah, verpisst dich, Junge. Zack, bam. Hallo. Boah, wie ich Boost-Wahnsinn hasse später, wenn das so... Wenn die dann schon so gut sind. So, und wie ich den Adler hasse bei verwinkelten Strecken. So, nächstes Rennen. Geht schnell. Ja, ja, easy peasy alles. Immer sterb ich an dieser verkackten hohen Stelle. Boah, neunter, ey. Oh, was für Chabos. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. So. Ich krieg aber auch keinen Vorsprung. Wenn die ganze Zeit so am rumkoten sind. Die kacken wahrscheinlich die ganze Zeit. Und dadurch werden sie so schnell durch das Wasser da rauspressen dann. So. 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 Wir bauen mal hier lang. Haben's doch. So. Dann hätten wir die zweite Runde auch schon fast. Jo. Komm hier wieder gut voran. Ich glaube wir haben gewonnen. Wollen wir uns mal vom Felsen erwischen lassen? Komm das machen wir mal. Wir haben hier 8 Sekunden Vorsprung. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal so als Special. Lol. War mal geil ey. Hui. So. Hoch. Jo. Dann würde ich sagen. So. Ich mache jetzt auch nur eine Pause. Stell das schnell richtig ein. Bis gleich. Tschüss. Ich mache jetzt mal ein paar Mal. Ja. Vielen Dank.